Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem allerersten Clash-Mini-Video. Ja, es ist soweit. Clash-Mini. Und zwar gab es bei Discord eine Art FAQ und da wurden einige coole Sachen gesagt. Der Marv, ich hatte das bei ihm im Video gesehen, hatte einige Sachen zusammengefasst. Ich verlinke ihn auch mal hier drunter. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Es gibt aber noch ein paar weitere Informationen. Es gibt auch ein bisschen mehr Gameplay dazu, was ich noch gefunden habe. Damit ihr mal seht, wie sieht denn das Spiel aus, wie funktioniert das Spiel, wie spielt man das und so weiter. Es gibt noch ein paar Informationen zur Beta und so weiter. Also, wenn dir das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like da, abonnieren den Kanal, Glocke aktivieren natürlich und jetzt mal direkt rein. Also, vor ein paar Monaten hat ja das Clash of Clans Team, hat das Supercell Team ja gesagt, ey, es kommen drei neue Spiele raus. Clash Quest, Clash Mini und Clash Heroes. Clash Quest, wissen wir ja, gibt es schon im Soft-Launch, gibt es schon in einigen Ländern. Ist absolut nicht mein Fall, muss ich sagen. Nein, das ist wirklich absolut nicht mein Fall, das Spiel. Äh, na gut, da will ich jetzt eigentlich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber Clash Mini und Clash Heroes sieht absolut genial aus. Und, wenn man sich das mal anguckt, dieses Spiel, es ist im Hochkant-Format. Und jetzt folgen die Informationen dazu. Also, was ist denn genau mit den Minis los, mit den Arenen los, mit den Skins los? Also, die Minis sind natürlich Hauptbestandteil dieses Spiels. Es wird Heroes und Minis geben. Die Minis werden sozusagen von den Heroes kontrolliert und im weiteren Spielverlauf schaltet man halt immer mehr Minis und, glaube ich, auch Heroes frei. Und, äh, es gibt natürlich dann auch Skins für die Minis. Es gibt unterschiedliche Arenen. Also, so, von den Arenen würde ich sogar, glaube ich, ein bisschen vergleichen mit Clash Royale. Ich vermute mal, das ist nur eine Vermutung meinerseits, dass du, wenn du halt ein bisschen weiter aufsteigst, äh, du kriegst vielleicht dann, vielleicht gibt's ein Pokalsystem, wer weiß, vielleicht kriegst du noch ein paar mehr Pokale und du steigst dann auf. Und du hast dann halt eine andere Arena. Ich, 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 ich tippe wirklich drauf. Das ist, das ist eine ganz, 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 äh, große Vermutung von mir, dass es so ein bisschen so ist wie bei Clash Royale. Ich blende natürlich auch mal ein paar Bilder ein von Arenen. Es gibt ja schon so ein paar Bilder dazu. Es gibt ein paar unterschiedliche Arenen schon. Und, äh, ich vermute, es ist wie bei Clash Royale, dass du halt abhängig von deiner Pokalanzahl halt dann in der Arena spielst. Und dann, wenn du halt ein paar mehr Pokale hast, steigst du halt in eine andere Arena auf. Es wird natürlich eine Vielzahl von Minis geben, das ist logisch. Und natürlich auch, ähm, ja, alles Charaktere aus dem Clash of Clans-Universum, beziehungsweise aus dem Clash-Universum. Ich bin immer heute ein bisschen bei Clash of Clans, doch tut mir leid, Leute. Müsst ihr mir verzeihen. Ich bin natürlich Clash of Clans-YouTuber, von daher, nehmt es mir nicht so übel, wenn ich jetzt eher doch bei Clash of Clans bin. Aber es sind natürlich auch Sachen, ja, Riesenskelett zum Beispiel oder, äh, ja, Mini-Pekka oder Ritter oder so weiter, ne? Äh, oder Prinz, meine ich ja, Prinzessin. Es sind halt alles so Sachen, die sind von Clash Royale. Es ist halt alles aus dem Clash-Universum. So. Man wählt halt einen Held aus und der gibt den Minis dann Fähigkeiten. Was ist denn mit einem Match? Ein Match dauert circa drei bis fünf Minuten. Es kann aber auch länger sein. Aber es sollen jetzt halt so keine Matches sein, die irgendwie 20 Minuten oder so gehen. Ähm, was ich aus dem, äh, Footage, aus dem, aus dem Early, äh, Gameplay-Footage gesehen habe, dass es Best of Three sein könnte. Das ist allerdings nicht in Stein gemeißelt. Das wird man dann noch sehen. Ähm, ja, Clash Mini konzentriert sich hauptsächlich auf die Positionierung der Truppen auf dem Spielfeld. Es ist ein sehr taktisch geprägtes Spiel, also, äh, rundenbasiert. Das bedeutet, es ist jetzt nicht wie Clash Royale, dass man dann halt wirklich in Echtzeit mit dem Gegner interagiert, sondern es ist, wie gesagt, rundenbasiert. Was ist mit Clans und Clubs? Sie sagen, sie arbeiten dran, es ist aber noch zu früh. Wird es Ranglisten geben? Ja. Und jetzt natürlich das, was bei mir direkt schon, ähm, den Kamm anschwillen lässt. Wird es E-Sports geben? Vielleicht. Also, dass man wirklich jetzt aus jedem Spiel direkt wieder E-Sports machen will, da, weiß ich nicht, da könnte ich echt im Strahl kotzen, ohne Witz. Also, lass das Spiel erst mal rauskommen. Wirklich. Also, bevor man jetzt sagt, äh, vor allem, du guckst dir so ein Spiel an. Das ist wie, wie, du kannst auch gleich, äh, weiß ich nicht, äh, Barbies Trauminsel als E-Sports verkaufen. Ich weiß es auch nicht. Aber zumindest Ranglisten, das ist ja schon mal ganz gut. Es ist natürlich PvP. Es soll in Zukunft dann auch noch mehr Game-Modes geben und eventuell auch, äh, PvE. Also, dass man da nicht gegen, direkt gegen andere Spieler spielt, sondern vielleicht irgendwie so ein Einzelspielermodus oder so. Das steht alles noch in den Sternen. Da spielt es ja noch nicht draußen. Dann kann man natürlich noch verschiedene Sachen freischalten. Man muss Strategien entwickeln. Man muss natürlich seine Minis verbessern. Man muss Minis freischalten und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, die dann halt den Verlauf des Spiels beeinflussen, beziehungsweise dann natürlich dafür sorgen sollen, dass man bei der Sache bleibt, ne? Dass man am Ball bleibt. Es soll so wenig Zufall wie möglich geben beim Spiel. Das Spiel soll auf dem Skill und der Positionierung der eigenen Minis basieren. Ähm, das ist natürlich schon mal ganz gut. Äh, was ich schon gesehen habe, es gibt altbekannte Fähigkeiten aus den bisherigen Supercell-Spielen. Bedeutet, die Minis verhalten sich natürlich so, wie man es von den Charakteren aus dem Clash-Universum kennt. Ja, das Riesenskelett explodiert zum Beispiel, der Magic Archer schießt natürlich seinen Pfeil relativ weit und so weiter und so fort. Wir gucken uns das aber mal an, das Gameplay, und da sieht man das schon. Äh, ich hatte gesagt, ich vermute, es ist Best of Three, weil ich das jetzt hier so gesehen habe, dass, ähm, das Video ist jetzt von Full Frontage. Er scheint irgendwie sowas wie der, ja weiß ich nicht, Partner zu sein von Clash Mini oder ausgewählte Creator zu sein. Ich habe keine Ahnung, er ist auch hier drunter verlinkt auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, Hälfte vom Spielfeld ist halt für mich dann als Spieler und die Hälfte ist für meinen Gegner. Was man dann unten sieht, ganz interessant, was man natürlich schon von Clash Royale kennt, diese Leiste mit dem Elixier, also beziehungsweise du siehst, wie viel Elixier du hast. Allerdings wächst das ja nicht mit der Zeit an, sondern nach der Runde, weil es ja rundenbasiert ist. Oben siehst du den Timer und die Runde. Und dein Gegner, wie viel Fahnen hat er geholt, wie viel Fahnen hast du geholt? Und, ähm, das ist, wie gesagt, die Arena. Und du siehst, die Hälfte vom Spielfeld ist halt oben für den Gegner und die Hälfte ist für dich. Und was ganz interessant ist, dass du da so eine Plattform hast, das ist ein Spiegel, und dadurch wird jetzt die Truppe geklont, hat halt dadurch dann zweimal Schaden, hat aber dann nur noch die Hälfte der Trefferpunkte. Und unten auf diesen drei Kissen siehst du halt deine nächsten, ähm, siehst du halt deine nächsten Truppen und dann siehst du noch diesen grünen Knopp mit den zwei Pfeilen, wie der sieht so ein bisschen aus wie dieser Recycle, wie der grüne Punkt, ne? Wie der grüne Punkt auf den Lebensmitteln und auf den Getränkedosen. Äh, ja, damit kannst du wahrscheinlich shuffeln, damit du andere bekommst. Da hast du halt, da ist jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wie oft du da shuffeln kannst. Das wird dann wahrscheinlich beschränkt sein. Und, ja, dann ist es nicht Best of Three. Du musst, du musst drei gewinnen. Du musst drei gewinnen. Wenn du drei gewinnst, dann hast du, dann hast du das gewonnen. Du brauchst drei Fahnen. Wenn du drei Fahnen hast, dann hast du das Match gewonnen. Das ist echt ganz interessant. Das ist wirklich ganz interessant. Ist natürlich ganz liebevoll gemacht, sieht super aus. Und ich bin wirklich so gespannt da drauf. Das wird, glaube ich, ein richtig cooles Spiel. Und, ja, damit sind wir am Ende von dieser Episode A. Aber natürlich nicht, ohne euch zu sagen noch, was ist denn meine Vermutung, wann es kommen wird. Also, in dem FAQ, was allerdings ja jetzt auch schon ein bisschen her ist, ich glaube, das ist sogar schon ein Monat her, das FAQ, äh, haben sie gesagt, es wird noch ein paar Monate dauern. Weil ich, ich bin ja jetzt schon superlanger Supercell Creator. Und, ähm, deswegen habe ich da auch schon so ein paar Erfahrungen und habe da vielleicht auch eine Vermutung dazu. Es gibt ja jetzt schon eine Videoserie dazu. Sie bauen aktuell, also sie produzieren aktuell eine Videoserie, wo sie ein bisschen was erklären. Ich vermute, das würden sie nicht machen, wenn das Spiel nicht schon relativ weit wäre. Deswegen vermute ich, es könnte durchaus noch sein, dass es im Sommer noch kommt. Das bedeutet für mich eher so August. Ich persönlich würde eher so auf den August hinzielen. Vielleicht auch noch Juli, ich weiß es nicht. Ähm, wenn, glaube ich, eher so Ende Juli. Ich hoffe wirklich auf den August. Das wäre natürlich schon mal ganz cool. Und dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass es wieder als Soft-Launch kommen wird. Das bedeutet wieder nur in einigen Ländern, wie Supercell es halt immer macht. Und ich habe ja bisher auch wirklich viele Supercell-Spiele kommen und gehen sehen. Und ich, als ich die drei Supercell-Spiele gesehen habe, die sie vorgestellt haben, war mir sofort klar, dass eigentlich Clash Mini und Clash Heroes sich durchsetzen wird, weil die Spiele schon ziemlich cool aussehen. Clash Quest, äh, ich weiß es nicht. Ich würde es dem Spiel natürlich wünschen, dass es sich durchsetzt. Ich persönlich bin jetzt kein Fan davon, weil ich sage, das hat man halt schon hundertmal gesehen, irgendwo in anderen Spielen, aber in Ordnung. Aber das Spiel ist auf jeden Fall schon mal ganz cool, Clash Mini. Und meine Vermutung ist, wir sehen relativ zeitnah den Launch, den Soft-Launch davon. Das macht ja Supercell immer so. Bei Boom Beach Frontline übrigens war es ja anders. Da gab es ja intern mit, also auf dem Discord dann die ganzen Playtests, zwei, drei Playtests, drei waren es, glaube ich, ne? Drei Playtests waren es, glaube ich. Und jetzt haben sie angekündigt, das Spiel wird jetzt in Q4 2021 als Soft-Launch rauskommen. Das ist jetzt bei Supercell anders. Sie bringen es dann, also diese internen Playtests, wo man dann auch mitmachen kann, die gibt es ja jetzt hier nicht. Sondern du kannst dann halt, ja, die das runterladen, wenn es im Soft-Launch draußen ist. Und da kann man auf jeden Fall mal gespannt sein. Und damit sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne eine Bewertung da, abonnier den Kanal für mehr Clash Mini-Infos. Da kommen nämlich bald noch welche. Sollst du wirklich auf jeden Fall abonnieren. Und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.